Die Mutter, Christiane K., lässt lediglich ihren elfjährigen Sohn Marcel am Leben. Wie RTL berichtet, soll der überlebende Sohn in Sprachnachrichten an seine Freundin beschrieben haben, wie er vom Tod seiner Geschwister erfahren hat. Mit zitternder Stimme erzählt er, dass er früher von der Schule habe gehen müssen, angeblich wegen eines Arzttermins. Seine Mutter habe ihm danach gesagt, dass all seine Geschwister tot seien. Über die Todesursache log Christiane K. ihren Sohn offenbar an. Wie der Junge in einer weiteren Nachricht erzählt, sei seine Mutter mit den Geschwistern im Taxi gefahren, auf das dann ein LKW hinten aufgefahren sei. In einer letzten Nachricht teilt der Elfjährige seiner Freundin mit, dass er nicht mehr wiederkomme. Die Leichen seiner Geschwister werden in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Laut RTL hat die Großmutter, die im 60 Kilometer entfernten Mönchengladbach lebt, die Polizei kurz vor 14 Uhr informiert. Vor dem Haus in Solingen sind am Nachmittag zahlreiche Polizei und Rettungswagen zu sehen. Der Tatort wird weiträumig abgesperrt. Bei den toten Kindern handelt es sich um drei Mädchen im Alter von eineinhalb, zwei und drei Jahren sowie um zwei sechs und acht Jahre alte Buben, so die Polizei. Der elfjährige Sohn, der überlebt hat, sei bei Familienangehörigen untergebracht worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 27-Jährige ihre Kinder mit Tabletten vergiftet haben soll. Die Mutter soll mit dem Elfjährigen zum Düsseldorfer Hauptbahnhof gefahren sein, wo sie sich gegen 14 Uhr vor eine S-Bahn der Linie 1 warf. Laut einem Feuerwehrsprecher wurde die Frau zwischen zwei Gleisbetten geborgen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht.